Sie hören eine Anleitung zur Atementspannung. Sie beobachten dabei Ihren eigenen Atem, ohne ihn zu beeinflussen oder zu bewerten. Setzen Sie sich aufrecht und bequem auf einen Stuhl oder auf einen Hocker oder legen Sie sich bequem hin. Lockern Sie einengende Kleidungsstücke. Wenn Sie liegen, legen Sie Ihre Arme und Hände locker neben Ihren Körper. Wenn Sie sitzen, liegen die Handflächen entspannt auf den Oberschenkeln oder im Schoß. Die Füße setzen Sie flach auf den Boden auf, etwa eine Fußlänge voneinander entfernt. Lassen Sie die Schultern locker fallen. Balancieren Sie den Kopf auf Ihrem Hals aus, sodass Sie ihn ohne Anstrengung aufrechthalten können. Wenn es Ihnen angenehm ist, schließen Sie die Augen. Und nun atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus. Atmen Sie bewusst und ohne jede Anstrengung durch die Nase ein und durch den Mund oder die Nase wieder aus. Am besten mit einem kleinen, hörbaren Seufzer. Während Sie einatmen, nehmen Sie wahr, wie sich Ihre Brust weitet. Beim Ausatmen, achten Sie darauf, wie sich Ihr Körper mehr und mehr entspannt. Und während Sie das tun, nehmen Sie innerlich eine passive Haltung ein. Es geht nicht darum, irgendetwas zu erreichen oder sich anzustrengen. Es geht auch nicht darum, dass Sie diese Übung perfekt durchführen. Es geht nur darum, dass Sie wahrnehmen, was Sie im Moment empfinden. Atmen Sie ab jetzt durch die Nase ein und aus. Lassen Sie Ihren Atem frei fließen. Ihr Atem kommt und geht ganz von allein in seinem eigenen Rhythmus. Entspannen Sie Ihren Körper. Spüren Sie, wie der Stuhl oder der Boden Sie trägt. Nehmen Sie wahr, wo Sie das Gewicht Ihres Körpers besonders deutlich fühlen können. Vielleicht am Rücken. Vielleicht am Gesäß. Vielleicht eher links oder eher rechts oder ganz gleichmäßig verteilt. Lassen Sie alles so sein, wie es ist. Lassen Sie alles so sein, wie es ist. Und während Sie so Ihren Körper wahrnehmen, spüren Sie vielleicht schon, wie der Atem Ihre Brust bewegt oder Ihre Bauchdecke. Nehmen Sie alles einfach so wahr, wie es ist, ohne es zu bewerten. Spüren Sie, wie die Atemluft durch die Nase kühl hereinströmt und warm wieder herausströmt. Lassen Sie Ihren Atem frei fließen. Vielleicht können Sie fühlen, wie die Atemluft durch die Nasenhöhle und die Luftröhre fließt. Spüren Sie, wie die Luft in die Lunge strömt und wieder ausströmt, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen. Und während Sie das tun, nehmen Sie wahr, wie sich Ihr Zwerchfell bei jedem Einatmen nach unten bewegt und die Luft in die Lunge hereinzieht. Und wie es sich wieder entspannt und nach oben wölbt, wenn Sie ausatmen. Und was immer Sie wahrnehmen, lassen Sie es so sein, wie es ist. Richten Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Bauch. Spüren Sie, wie die Bauchdecke sich mit dem Atem weitet und wieder senkt, sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Beobachten Sie jeden Atemzug neugierig und interessiert. Unser Atem ist nicht immer gleich. Mal atmen wir länger, mal kürzer. Manchmal ist der Atem tiefer, dann wieder flacher. Lassen Sie ihn einfach kommen und gehen, wie er es von selbst will. Wenn Sie merken, dass Gedanken Sie ablenken, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist ganz normal, dass Gedanken oder Gefühle auftauchen. Beschäftigen Sie sich nicht mit ihnen. Akzeptieren Sie, dass Sie da sind und lenken Sie freundlich und sanft Ihre Aufmerksamkeit wieder zu Ihrem Atem zurück. Nehmen Sie wahr, wie Ihr Bauch und Ihre Brust sich mit dem Atem heben und senken. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihr Atem nach dem Ausatmen etwas verharrt, ehe Sie wieder einatmen. Nehmen Sie diese kurze Pause wahr, ohne sie zu beeinflussen. Ihr Körper atmet ganz von selbst wieder ein. Vielleicht können Sie beim Atmen auch die Empfindungen in der Nase, in der Brust und im Bauch zugleich spüren. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei Ihrem Atem. Wo immer Sie den Atem spüren, ist es gut. Ihr Körper weiß von selbst, wie er atmen soll. Nehmen Sie wahr, wie Ihr Atem durch Ihren Körper fließt und ihn bewegt. Beobachten Sie die Empfindungen Ihres Atems, solange Sie wollen. Und wenn Sie soweit sind, kommen Sie langsam und in Ihrem eigenen Tempo in den Raum zurück. Spüren Sie, wie Sie auf dem Stuhl oder auf Ihrer Unterlage sitzen oder liegen. Nehmen Sie die Geräusche wahr, die um Sie herum zu hören sind. Wenn Sie mögen, halten Sie die Augen noch geschlossen. Atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus und dehnen und strecken Sie sich kräftig. Öffnen Sie langsam die Augen. Und bevor Sie aufstehen und wieder in Ihren Alltag zurückkehren, fragen Sie sich, wie diese Übung für Sie war. Fühlen Sie sich entspannter als vorher oder spüren Sie noch Spannungen? Konnten Sie Ihre Empfindungen und Gedanken beobachten, ohne sie zu bewerten? Oder haben Sie versucht, sie zu beeinflussen? Wenn Sie das nächste Mal diese Übung machen, lassen Sie alles so sein, wie es ist. Die Entspannung kommt ganz von selbst. Beobachten Sie einfach Ihren Atem, wie er kommt und geht. Das kann Ihnen auch im Alltag immer wieder kleine Inseln der Ruhe und Erfrischung verschaffen. Das kann Ihnen auch noch ein Kind ausbilden sein. Ich habe noch ein Kind aus dem Alltag. Aber es kann sehr viel vornehmen.